Wir wissen, wie wir uns sagen, was das passt jetzt. Was ist die Leidenschaft? Was ist die Leidenschaft? Ah, ich sprenge ihn! Kaffee, Kaffee, Tasse, Bär! Ja, dein Kaffee, Roboter und dein Platz, Roboter! Ja, dein Kaffee, Roboter, Roboter, Langer und dein Kaffee, Roboter, Panzer. Armin, okay, fertig, Marmoni. Ja, das bleibt dir, dass du so gut in der Zeit hast. Räst du zu verhachtest? Hm? Ja, okay. Wir machen jetzt hier, weil du in der Zeit, Ich konnte nie hin. Ich konnte nicht mehr, weil du einfach... Ich konnte nicht mehr, wie bei mir, wenn du mit dich, sondern auch über ein Eigenblatt, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.